Na alle zusammen, hier ist wieder Hatschela und schau mich wieder für euch in Battle for S0 unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute mal ein paar Arena-Spielchen zeigen. Und zwar habe ich ja in letzter Zeit ein bisschen hochgespielt mit Arena. Und da ich im Stream mal das ein oder andere Mal gefragt wurde, ob ich nicht was hochladen kann, dachte ich mir, komm, ich schneide euch was zusammen. Ich werde jetzt ein paar Folgen hochladen, je nachdem wie es ankommt. Und das sind jetzt die ersten Games, also seid gnädig mit mir. Ich habe mich im Laufe der Zeit ein bisschen, hoffe ich, ein bisschen verbessert. Und ich klicke auch nicht mehr alles, wie es jetzt hier in den ersten Games der Fall sein wird. Und ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Schauen wir rein und dann werdet ihr sehen, wie ich als Guardian Arena so ein bisschen performe. Ich habe dem Heal jetzt mal... Ach scheiße, ich habe nicht umgeskillt, ich habe Inka drin, ne? Das ist natürlich jetzt dumm. Okay, oh fuck it. Ist es egal. Okay, da ist die Eule. Okay, er hat jetzt schon Spirit Link raus, das ist gut. Okay, er ist down, ich habe ihn weggelasert. Habt ihr gesehen? Okay, mein Rogue ist fast down. Eigentlich sollte ich mitheilen, aber ich ziehe jetzt einfach durch, scheiß drauf. Schauen wir mal. Ich habe mehr Damage als der Rogue gemacht. Eine Million, ne? Siehst du das? Ich habe sogar alle drei Kills abgestaubt. Also, ich habe halt als Guardian, obwohl ich in Defensiv-Ding-Modus gehe, dass ich den... Habe ich mehr Schaden als der Rogue rausgeklopft? Also, du kannst definitiv mit dem Guardian spielen, das funktioniert schon. Jetzt spiele ich tatsächlich sogar in dem Modus, dass ich selber meinen eigenen Schaden jetzt runterfahre. Dafür aber die anderen Supporte. Also, ich habe hier 20% von meinen Leuten nehme ich an Schaden. Hier 15% haben alle Verbündeten mehr live. Und hier mache ich einen Debuff drauf, den man hochstackt auf den Gegner, dass alle mehr Schaden machen. Das ist quasi die... Die Kombi... Ja, erster Game haben wir gewonnen. Passt. Aber der Rogue war teilweise schon... Habt ihr gesehen? Der ist schon ein bisschen runtergegangen. Theoretisch müsste ich eigentlich noch Ding mitnehmen. Heal-Affinity und theoretisch den hochheilen. Aber ganz ehrlich, jetzt hier im Low-Rating juckt mich es ehrlich gesagt nicht. Ich gehe einfach... Ich gehe jetzt nicht auf Heal-Affinity, sondern... Ach, fuck, ich wollte Inka wegskillen, ne? Okay, das wird jetzt haarig, sage ich euch. Das wird haarig. Okay, der geht auf den Rogue. Fuck, ich habe keinen Stun mitgenommen. Hier sehe ich mich geblindet und wieder rausgeholt. Perfekt. Okay, er hat Live-Pakunen gekriegt. Okay, das muss ich. Ich muss den Stun mitskillen. Kitter. Review. Hammer of Justice. Avenging Wrath. Transfer. Sprint. Divine Shield. Faint. Handed Protection. Bubble down. Dispell. Faint down. Counter. Kidney. Trinket it. Habt ihr gesehen? Ich habe meinen Laser noch. Also, dass ich Typhoon drin habe. Schau mal, ich habe 1,3 gemacht. Ich habe dich alle im Damage-Abziehers-Gardien. So lustig. Oh, fuck, wir spielen halt auf einem fast 1800 MMR. Hä, warum spielen wir denn auf fast 1800 MMR? Hä, das gibt ja gar keinen Sinn. Ich bin auf 0 eigentlich. Also gut, 1500 ist Standard. Ich glaube, wir müssen auf den DH gehen. Fuck, er macht Spectral-Side. Aber die können mir tatsächlich nicht viel... Habt ihr gesehen? Ich habe jetzt gerade mein Ding reingehauen. Jetzt muss er schon dingsen. Astro-Side. Astro-Side. Mach. Ach, das ist der Heiler-Dauern. Also, wir haben sie... Die sind alle halt... Das ist halt der Traum für den Guardian. Die sind alle in Melee-Range stehen geblieben. Ich konnte sie alle cleaven. Ich... Also, das... Das ist halt hier, ne? Die sind halt 1800 MMR und stacken halt im Melee-Cleave. Ich weiß nicht, was die hier für eine Kacke zusammenspielen. Also, das ist halt Lob-Bob-Ding. Sowas spielst du auf 1400 vielleicht. Das ist nicht. Ich habe gleich wieder einen Stun. Also, normalerweise, wenn ich es gut spielen würde, müsste ich halt off-heilen. Schau das an! 14... 1,4 Millionen, was die anderen gemacht haben. Ich habe halt meinen Teammate, den DT, habe ich gedoppelt. Das sind halt fast ab 1800 MMR. Das ist so witzlos. Das geht halt. Ja, aber... So ein sinnloses Reingekliebe geht halt nur gegen Gims tatsächlich, ne? Da funktioniert das. Gegen Leute, die halt sinnig spielen, funktioniert das halt nicht, ne? Ja. Aber ich habe, glaube ich, sogar mein falsches Gear an, ne? Ich habe sogar Dings Gear an. Ja. 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 Also, aber jetzt mit der Kombi können wir erst mal ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen hochballern und dann kann man mal gucken. Okay, ein Shadow und ein Heal Druid. Und ein Worry. Das ist jetzt kein, ist halt jetzt kein Melee-Cleave. Der Rogue, mein ich soll ihn mal adden. Okay, er geht Defense Stance. Ich kann eigentlich gleich Open Field rennen, weil es halt wurscht ist. Ich logge, ich will halt den Druid rausloggen. Ach, er hat den einen gedingst. Okay, ähm, dispelt er mich? Okay, er dispelt mich. Ich muss den Stunnen. Fuck, die sind, diesen. Kommt er dann gleich nicht mehr nach, der Heiler. Das ist halt eh Pressure. Okay, ich habe ihn nochmal inline gekickt, sehr schön. Er hat Dornen an, aber scheiß drauf, ich drügele durch die Dornen durch. Der ist so ein Tier nochmal rein. Okay, da konnte er nichts mehr machen. Das ist halt, der hatte den Druck auf allen. Hast du gesehen, wir sind halt relativ safe, weil der Schaden, 20% vom Schaden geht halt auf mich, ne? Die sind halt ständig... Ja, siehst du? Ja, siehst du? Ich habe halt immer am meisten Schaden. Was ist so witzlos? Durch den Rock und du hast einen Sepp quasi. Und gut, du hast hier noch, ähm, eine Kidney oder wie das heißt. Hast der Rock noch keinen, aber ich glaube, das liegt auf dem gleichen DR wie dem Blind, schätze ich mal. Aber die schieben diese DR-Sachen von Season zu Season um. Und mittlerweile blicke ich tatsächlich nicht mehr durch. Jetzt... Ah, fuck, das ist eine Holy Pala als Gegner. Das ist jetzt halt ein bisschen blöd. Wir haben auf jeden Fall eine Bob, die wir draufkriegen. Ich könnte eigentlich auch andere Trinkets, so ein Stil. Also auf ein Ehle-Ville. Aber gut, Worry, der kommt aus seinem Sepp raus, ne? Er macht sich Berserker-Ding an. Was, er ist im Moon gegen meinen Charge? What? Ah, komm, das muss ich jetzt... Das war... Fuck, er hat ihn jetzt geblindet und ich habe da draufgedingst. Und ich habe ein Dings vom... Okay, also, sie machen halt eine Wegrenntaktik. Okay, da müssen wir eigentlich auf den anderen gehen. Er versucht zu hixen. Okay, jetzt zieht der Shami halt ordentlich durch. Habt ihr den Laser gesehen? Habt ihr den Laser gesehen? Wie der... Das haut nämlich so viel Schaden raus. Ich habe jetzt absichtlich die Wall offensiv gezogen, dass ich einen Buff habe. Und jetzt hat mein Dings den so runtergenutzt, dass der halt instant weggerippt ist. Ich liebe es, was das teilweise raushauen kann. Warte mal, ich muss den kurz stunnen. Ach, ist der gelieft? Oh, ne, ist er nicht gelieft. Okay. Jetzt kriegt der wieder einen... Swipping Slides down. Pony. Stormbolt. Defense Dance. Macht der Worry Defense Dance an, wo wir voll an seinem Heiler dran... Alter. Der Ding hat gescheppert. Habt ihr das gesehen? Der hat ordentlich gescheppert. Aber ich habe die ganze Zeit... Ich spiele die ganze Zeit mit meinem Laser Trinket und benutze es halt nicht, ne? Komm, lasern wir dich noch ein bisschen. Das... Eigentlich ist das halt in der Arena mittlerweile auch nicht so gut, weil sie dich counteren können. Aber wenn du halt nicht gecountert wirst, ne? Ist halt nice. Okay. Ja, der Shami ist so nett viel gekommen. Ja. Ja. Er bubbelt halt instant. Hm, ne, das tue ich jetzt mal nicht dingsen. Bagee... Eruption. Demon Kick. Blood Protection. Spare in Sound. Handed Protection. Divine Favor. Bagee... Freedom. Pony. Protection Down. Bagee... Favor Down. Demon Kick. Repentance. Counter. Blur. Okay, jetzt hat er nix mehr Muss ich einmal lasern Schauen wir mal, ob sie mich kicken Okay, sie kicken mich halt nicht Alter, das ist halt immer schon So ein bisschen ne knappe Geschichte, ne? So ist er den Rogue noch wegzumachen Holy, also die haben schon ordentlich reingeknallt Da kannst du nix sagen Die haben schon geknallt hier Also so ne Doppel-Melee-Gruppe ist tatsächlich Schon für uns gar nicht so verkehrt Hä? Habe ich noch nicht? Ich habe doch gedrückt Ich muss gerade sagen Nicht, dass ich nicht in die Arena reingehe Mein Zeug noch fertig dissen hier Oh, ich muss das Gold-Ding dann auch noch aufnehmen, ne? Oh, Fire Mage Und Ding-Hunter Ich bin am überlegen, ob ich umskillen soll oder nicht Aber es ist nur ein Caster, ne? Der will, dass wir Shami openen Und dann auf den Mage gehen Und dann auf den Mage gehen Ach komm, dieses Root-Totem hat mich halt erwischt Ja, jetzt komme ich von dem Ding nicht weg Von dem Stun-Teil Ich kann Hikes Kann ich theoretisch runternehmen Wenn ich die Dings rausgezogen hätte Was? Er hat Mage hat überlebt? Scheiße Ich dachte, der ist tot Shit Hat er ein Poli? Alter, was leckt denn das bei mir auf einmal so? Ich komm von dem Stun-Totem nicht weg Ah, das macht, das macht Ja, jetzt haben sie mich auf dem Dings Aber ich hab Dots drauf Perfekt Ich wollte gerade schon Trinketen Aber ich hab Dots drauf Weißt du, gehen die jetzt auf mich? Lass den Casten bis kurz vorher Und dann kicken wir den einmal Der hat den Shami fast alleine umgehauen jetzt gerade Der Rock ist echt gut Diesmal haben wir richtig gut Schaden gemacht Beide, ne? Seht ihr das mal? Holy moly Ähm